Der Lebensabschnitt momentan, wo ich mich befinde, ist Rennen fahren und das ist der richtige Kick, was ich brauche in meinem Leben. Ich bin ab der Früh schon in die Skiabschule gegangen in Pakistan und von 10 bis 18 war ich im Internat und das fahren wir schon sehr im Leben, also da wird man schon sehr früh selbstständig. Das hat mir richtig viel gebracht in meinem Leben. Ich bin sehr viel unterwegs, mir taugt das auch richtig, wenn man viel viel sieht von der Welt. Jetzt war ich vor kurzem am Sonnenblick, ich so, nein, stehst du weiter, ob ich das überhaupt geschafft habe. Dann stehst du vier Stunden später da oben und denkst dir, wow, das habe ich jetzt geschafft. Wenn du etwas willst, schaffst du das.